Guten Morgen, Berlin. Guten Morgen, Welt. Hier habe ich geschlafen, auf der Couch. Da habe ich meine letzte Nacht als lediger Mann verbracht. Ich habe übrigens die Schuhe, als wir die gekauft haben, anprobiert mit kurzen, karierten Hosen. Das sah super aus, konnten wir uns voll gut vorstellen. Haben wir alles, ne? Thorsten, echt gut gefahren, ja? Dankeschön. Guck mal, wir sind schon seit ungefähr drei Minuten hier und so, ist voll super. Sehr gut gemacht. Haben wir gut hingekriegt. Sehr gut gemacht. Hallo. Hi. Na? 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 Ich halte mal kurz auf die Kamera, ja? Gut siehst du aus. Toll, danke, meine ich, du auch. Was? Ja. Hey, Lukas, ich habe dich nüchtern gar nicht erkannt. Oh, eine Kamera habe ich gar nicht gesehen. Oh, eine Kamera habe ich gar nicht gesehen. Und sind Sie jetzt beide zu Entgegenahmen wieder anscheinend Frage bereit? Wunderbar. Dann frage ich Sie, Herr Stephan Kuhlmann, sind Sie bereit, vorgenommen, pro Geld zu Ihrer Frau zu nehmen? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Wunderbar. Dann frage ich, ob Sie vorgenommen, für doll, sind Sie umgekehrt, Herr Stephan Kuhlmann, für Ihre Mann zu nehmen? Dann antworten Sie bitte ebenfalls mit Ja. Dann kannst du die einfach mal so in beide Hände nehmen. Ist verblendend. Dann kannst du das den beiden, warte mal, fällt dir mal runter. Dann kannst du das den beiden hinhalten und dann können die sich zeringer drunter nehmen. Macht es aber auch ganz gut. Dann schreit bitte auf der ersten Zeile mit Ihrem frohen Familien nach. Dann kannst du dann irgendwo was hinmalen, wenn du möchtest. Jetzt noch die Jungs! Und da ist auch die Grünse Katze. Das ist meine Frau und wir sind lange Freunde von vielen Jahren, um zu gehen. In Togo waren wir noch nie. Schönes Land. Aber in Wort waren wir in der Lüneburg. Da war es toll. Spannend, oder? Super. Ich habe am 29. Juli 1966 geheiratet. England, Deutschland, Wembley-Tor. Da bin ich also fast 46 Jahre verheiratet. Immer dieselbe Frau und immer noch Glück. Warum haben Sie geheiratet? In welchen Standesamt? Charlottenburg. Alt-Lixo. Da waren wir gerade. Ja, noch Fragen? Keine Straße? Viele Wohnen? Was ist das? Ja. Ey, wo sind die Bilder laufen? Ja, total. Das ging nicht. Okay. Okay. Na, liest du schon die Karte? Willst du schon was? Da bin ich jetzt drin. Ja. Ja. Ich habe schon ein Plätzchen. Hier sitzt Merkulata. Hier sitzt Merkulata. Ja. Hier ist ein Bruder so für Merkulata. Ja. 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 di- Das. Juhu. Juhu. ARD Text im Auftrag von Funk 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 Untertitelung des ZDF, 2020